Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video. Herz ausblasen, Räucherstäbchen und Krutzer fix. Thomas Garcia auch redet mit mir alleine. Noch was lesen? Jetzt glaube ich sogar, dass ich ein bisschen zu leise gemacht habe. Ja, du kannst mich im Buch laut machen. Echt? Kann ich? Ja. Pausenmenü. Ah, warum sagst du das nicht einmal? Danke. Danke. Das muss ich noch ein bisschen lauter machen. Ja, es kommt aber darauf an, wie nah ich bei dir bin. Das muss ich ein bisschen lauter machen. So. Bring jetzt hier einen Geist und eine Kerze. Ich habe auch einen. Ja. Ja. Okay. Warte, warte, warte. So, du bist blau. Bei mir auch. Hey, warte, warte, warte. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. So, angeblich könnten hier Karten sein. Schick keine Karten. Schick keine Karten. Nö. 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 Warte. Völlig, äh... Ich bin doch mal wegen den Gebunden. Mach das. Ja. Strom ist an. Und? Du hast ja Strom gesetzt gefunden. Ich hab ne Idee, wir könnten doch eigentlich... Ich hab ein Switcher-Bad gefunden schon. Wir könnten doch eigentlich, äh, alle Lichter anmachen, damit die Sicherung durchfragen wird. Ja, und dann? Elli, er ist hier oben. Oder bist du oben? Er hat ne Tür hier bewegt. Wo ist das mal? Ich weiß nicht, hinten beim Zimmer irgendwo. Also am Eingang hab ich ne Tür gehört. Irgendwo. Ah ja, hier. Oh, fünf, 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 fünf. Da war grad ne fünf. Wo? Hä? Wie ist denn das so? Bei mir war grad eh mehr fünf. Wo war die fünf? Hier. 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 Komisch. Komischer Thomas. Ah, der hat hier einen Stoff, Jungen. Das gehört? So? Was? Nicht, das Kinderlachen gehört? Und ein Kind gelacht? Okay. Oh, man. Ich... ich wollte mit ihm reden, und er hat die Kamera auf mich zu. Bist du hier? Achso, du willst nur mit alleine reden, ach scheiße. Ich hab ein Foto gemacht von der Interaktion, drei Sterne, obwohl ich meine Tür fotografiert hab. Cool. Ja, er will nur mit mir alleine reden. Das heißt, du musst raus. Ja, scheiße. Bist du hier? Okay, wir haben Bocks. Ah, Belly, Belly, Belly! Nein, 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 nein. Ja, geh ins Kinderzimmer. Ich hab ihn nur gefragt, bist du hier? Ja. Er ist voll aggro. Ich hab ihn genommen, damit er dich in Ruhe lässt. Oh. Er will dich nicht schreiben. Er ist jetzt aktiv. Oh. Lecumione, du. Du kannst ja Pill nehmen, kannst ja Pill nehmen und räuchern kommen. Weißt du, was gerade passiert ist? Weißt du, was gerade passiert ist? Ich hab ihn ja, ich hab ihn jetzt hingefüllt, mein Gott bist du hier? I am close, I am here, I am close. Und ich hab dann immer gesagt, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Na toll und ich werde das schocken, ey. Aber sowas war. Ehm, ey, lass ich jetzt einfach mal gehen. Ganz Pillen nehmen. Ach ja, wir hatten ja fünf hast du gesagt. Ja, ich bin mir sicher, es war groß. Ja, wenn du dir sicher bist, ich glaube dir. Das war aber auch nicht so ein Sekunde, dass ich verwirrt war. Nee, nee, es kann auch sein, dass es stimmt. Wenn wir sehen, also ansonsten, ähm, genau, du nimmst Pillen. Dann, äh, nimmst du Feuerzeug und Räucher und im Flur ist dann eine Kerze, dann kannst du danach eine Kerze reinpacken, sobald du geräuchert hast. Dann haben wir schon mal zwei Aufgaben. Ist egal, wo hat sie ausbläst? In seinem Zimmer. Du kannst ja die Kerze dann aufnehmen, sobald du die Kerze in der Hand hältst, drückst du einfach F und dann machst du sie automatisch an, solange du ein Feuerzeug hast. Okay. Also ich tue schon mal nichts. Okay. Sehe ich das? Ah, hör, 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 hör. Obse? Keine. So, hier schenkte die abgeplatte Scheiße. So, ich such das mal. Hier. Ah ja, hab in dir. Direkt im Flur müsste eine sein. So, wo stellen wir den hier hin? Einfach hier auf dem Tisch, einfach mit F kann... Genau, perfekt. nicht wegwerfen mit f stellen ich kann es nicht doch kannst du doch noch mal so jetzt mit f auch hinlegen nicht hinlegen mit f dann zeigt er dir doch wo du es hinlegen ja herrlich schmeißt du die kärze mehrmals weg hier batsch jedes mal ausgemacht schon fertig jetzt sieht man es aus so haben sich hier noch irgendwas und hier aussehe ich nix haben wir vielleicht mit deutsch ich habe mich auch von schüssen ich gucke noch auf den dort haben aber ich sehe jetzt noch nicht machen wir noch eine andere thema rein auf die andere seite vielleicht nehme ich noch ein buch mit mitten im zimmer und das andere können wir an der tür dann der alltag wird wird ich am geschenk für dich verlassen mich in Ruhe verlassen mich in Ruhe ja schon ein buch zu schreiben ich gehe mal nicht schreibt ins buch interessant das kreuz hingeschmissen ja nicht türen spielen wir haben noch nicht mal den knochen gesucht ja wir haben aber auch nur emf bis jetzt also wir müssen uns auch machen hast du die kamera mehr badezimmer so so ja jetzt wird aktiv irgendwas ja wir hatten ja box dann ist es ein gespenst was ist wenn es nicht emf wäre könnte es ein phantom oder yokai sein was will er dann wird also ob es haben wir keine antun würde fingerabdrücke wollen ist doch das oder gott für unseres herrn die schon wieder marsch unter 70 fängt an zu halten was ja kamera dabei hallo thomas wieder da also gespenst hinterlässt keine fußabdrücke wenn er durch salz läuft auf dem boden und eigentlich fußspuren also ist es auf jeden fall ein gespenst ja aber du siehst keine fußspuren nebenbei das heißt es ist ein gespenst gespenst ist der einzige der keine fußabdrücke hinterlassen kann jetzt haben wir nur noch was kurze fix du bist scheiße ich hasse dich wo ist geworfen gar nichts zu unfreundlich zu liegen gar nichts zu tun da kommt er durch dir die gescheit weg was dahinter tue ich dir die gescheit weg was kannst du dich mit ihnen alleine lassen nein ich lasse dich alleine thomas belly möchte mit dir spielen So eine Sau. Komm dich verstecken, vielleicht schaffen wir das mit dem Kreuz. Komm zu mir. Genau. Er hat den Stromkasten ausgemacht. Ja, mach den Strom direkt an, bitte. Er hat die Tür geöffnet. Mach die Tür zu. Hallo. Er war bei mir. Ich mach mal alles aus. So. Er kann durch Wände gehen. Und weiter. Ich mach mal das Feuerzeug. Ich hab mein Feuerzeug benutzt. Hast du das Brutz-Effekt hier irgendwo hingeschmissen? Nee, direkt an der Tür. Türschwelle. So. Sollen wir ihn provozieren? Der handelt eh gleich. Mama. Da traut sich was. Alter, du glitzst bei mir durch. Ich hab mich wie erschrocken. Ja. Deswegen mach ich das. Thomas. Thomas Nuckel mal am Kruzifix. Einmal dran lecken, Thomas. Na, wenn's er nicht macht, mach ich's. Na, dann muss ich schon entscheiden, was er will. Ich geh mal raus. Hoppe, Ali. Lebe voll. Ali. Komm, weißt du mich so. Hey, Alter, jetzt haust mal auf. Hör auf, die Tür auch so zugemacht. Der hat's mal lieber. So, okay. Ah, ich lege mich schon. Hallo. Hallo. So unheimlich sind nur Punkte von den Lichtern. Ich hab ja gesagt, dass er strengst, man kann ihn das genug provozieren. Ja, ich mach es gerade zu haben. Ja, ich mag es gerade zu haben. Ja, ich mag es gerade zu haben. Tschüss! Ja, ich mag es gerade zu haben. Tschüss! Ich hamte der bestimmt. So, jetzt haben wir ja gleich gehamtet. Und weiter. Wir müssen bei ihm durch. Und weiter. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! ja er war gar nicht aktiv da wir waren auf 33 8 ja der hat mich zweimal zu tun erschrocken ich verschrecken die mich immer wenn ich eine kamera aber machen sie nie was sogar die eine das eine foto über die tür fotografiert hat auch zwei sterne gekriegt ja wo ich die zweite mal erschreckt wurde sich erschreckt habe direkt habe ich aber die tür und dafür doch auch nicht erwischt okay dann ja geben wir mal an ja alles moment hast du gespenst eingetragen ja es kann ja sein dass du es wieder wegen imf mal rausgenommen hast ist das war's mit der freude und vielen lieben dank fürs einschalten wenn euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da falls ihr es noch nicht getan habt abonniert meinen kanal falls euch mein schräger content gefällt und aktiviert natürlich die glocke um nicht zu verpassen ansonsten bye eure liebe ja 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 ja